1946 wird in Brixen in Südtirol ein Mann geboren, der selbst lange nach seinem Tod 1970 so viel Aufsehen erregt, wie kaum ein Mensch in der Geschichte des deutschsprachigen Bergsteigens. Wie Günther Messner gelebt hat, wie er gestorben ist und was für Wellen der Konflikte mit seiner Existenz einhergegangen sind, darum geht es heute bei Legenden im Porträt, Günther Messner. Günther Messner wuchs zusammen mit seinen Geschwistern, unter anderem seinem Bruder Reinhold, im kleinen Vilnestal auf. Schon in jungen Jahren war er gemeinsam mit Reinhold Messner in den unglaublichsten Routen der Dolomiten unterwegs. Für viele Jahre haben sie sich zusammengeschlossen und als eingeschweißte Seilschaft die großen Kletterprobleme ihrer Zeit bewältigt. Reinhold Messner war als zwei Jahre älterer großer Bruder stets der Antrieb und das Vorbild für Günther. Doch Günther Messner war nicht auf der Jagd nach der großen Bühne. Er war ein bodenständiger und bürgerlicher Angestellter. Als Bankkaufmann war er jedoch im Gegensatz zu seinem Bruder Reinhold nicht ständig von Abenteuern umgeben, wodurch ein gewisses Ereignis für ihn noch besonderer wurde. 1969 wurde sein Bruder Reinhold eingeladen, dem Expeditionsleiter Karl Maria Herrlikhofer zum Nanga Pabat zu folgen und diesen erstmals über die Rupalwand zu besteigen. Eines der großen, letzten Probleme des Himalajas. Durch die Absage von Peter Haberler und Sepp Meierl bekam auch Günther die Chance, bei der Expedition dabei sein zu können. Es war ein Weihnachtsgeschenk von Reinhold. So begann eine Geschichte, die für Jahrzehnte für Aufsehen sorgen wird. Anfang April 1970 machte sich die Expedition unter einem enormen logistischen Aufwand auf den Weg ins Basislager des Nanga Pabat. Die Witterung ließ erfolgreiche Durchsteigungen jedoch zu keinem Zeitpunkt zu, sodass die Zeit immer knapper wurde. Hier entstand dann eine wegweisende Situation. Unter der knappen Zeit und einem letzten guten Wetterfenster beschloss die Expedition, dass die Messner Brüder zusammen mit Gerhard Bauer ins Lager 5 aufsteigen. Hier sollten sie dann die berüchtigte Merkel-Rinne mit Fixseilen absichern. Felix Kühn und Peter Schulz, ebenfalls Bergsteiger dieser Expedition, sollten dann eine bessere Chance auf die Gipfelerreichung und die sichere Rückkehr haben. Hier kam die berüchtigte rote Rakete in Einsatz. Im Lager 5 war eine Leuchtrakete die einzige Möglichkeit, ohne Funkgerät Informationen über das Wetter zu erhalten. Abgemacht war, dass bei einer blauen Rakete das Wetter gut genug für einen Versuch würde und bei einer roten Rakete das Wetter schlecht wird und nur Reinhold Messner allein die Erlaubnis zum selbstständigen Aufstieg erhält. Das Ergebnis war, dass eine rote Rakete am 26. Juni abgeschossen wurde. Jedoch war das falsch. Die blaue Rakete hätte unter den guten Bedingungen abgefeuert werden sollen. Warum das nicht passiert ist, bleibt bis heute unklar. Eine Seite redet von absichtlichem Fehlverhalten, die andere von falsch markierten Leuchtraketen. Das Ergebnis war jedoch, dass Reinhold Messner am frühen Morgen des 27. Junis allein aufbrach. Was das alles mit Günther Messner zu tun hat? Günther Messner hatte die Aufgabe, die Merkel-Rinne für Reinholds Abstieg abzusichern. Unter den Anstrengungen und der langen Vergangenheit im Schatten von Reinhold konnte Günther mit dieser Aufgabe jedoch nicht leben. Er befreite sich aus dem ursprünglichen Plan und machte sich auf, um Reinhold über die Merkel-Rinne einzuholen. Das alles, obwohl er nicht ausreichend ausgerüstet war und logischerweise, da er allein war, auch kein Seil dabei hatte. Somit war das Unterfangen äußerst riskant. Vier Stunden war Günther unterwegs, bis er seinen Bruder eingeholt hatte. Er war unglaublich fit und trainiert, außerdem hatte er bereits Spuren von Reinhold nutzen können. Reinhold und er setzten letztlich ihren Aufstieg zusammen fort und erreichten den Gipfel um 17 Uhr. Kleiner Einschub in eigener Sache. Wir möchten uns herzlich bei allen Abonnenten bedanken, denn der YouTube-Kanal, der Alpenmecademie und die dementsprechende Plattform sind voll und ganz von euch abhängig. Falls ihr es noch nicht getan habt, möchten wir euch an dieser Stelle bitten, den YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn euch die Inhalte gefallen. Damit unterstützt ihr uns gewaltig. Aber jetzt zurück zum Thema. Günther war laut Reinhold verunsichert, als es um den Abstieg durch die schwere Merkel-Renne ging, sodass sie sich in die etwas leichtere, aber unbekannte Diamier-Seite begeben haben. Andere Expeditionsmitglieder sprachen jedoch von einem Plan von Reinhold Messner, der daraus bestand, den Nanga-Parpath ohnehin überschreiten zu wollen. In der Nähe der Merkel-Scharte bewarkierten die Messner-Brüder erstmals, um am nächsten Tag weiter in Richtung Aufstiegsweg zurückzukehren. Hier wurde Günther jedoch höhenkrank, was zu weiteren Hindernissen geführt hat. Er halluzinierte und war äußerst schwach. Regelmäßig ruft Reinhold Messner um Hilfe, bis sie in einem Moment plötzlich Gehör finden. Felix Kühn und Peter Scholz am Weg nach oben haben in einem kurzen Moment Rufkontakt mit Reinhold gehabt. Jedoch wurde die Verständigung durch den Wind erschwert, was letztlich dazu führte, dass Kühn und Scholz weitergingen, ohne zu helfen. Reinhold und Günther blieb letztlich nur noch der Abstieg über die Diamier-Flanke, welche zu diesem Zeitpunkt bereits äußerst lawinengefährdet war. Eine weitere Nacht in eisiger Kälte bivakiert, ging es dramatisch weiter nach unten. Reinhold spurte und suchte den richtigen Weg, Günther hinterher, um seine Kräfte zu schonen. Doch das Drama ließ sich nicht mehr vermeiden. Bei der Suche nach dem richtigen Weg hat Reinhold bemerkt, dass Günther nicht mehr hinterherkommt. Nachdem Reinhold zurückging, um Günther zu holen, bemerkte er, dass jegliche Spur von ihm verschwunden war. Stundenlang hat Reinhold nach ihm gesucht. Ausrüstung, Fußspuren und Günther selbst waren verschwunden. Es war klar, dass es eine Lawine gewesen sein muss, die Günther erfasst hat. Günther Messner war tot. Letztlich hat aber auch Reinhold noch zwei weitere Tage und sieben Zehen opfern müssen, um das Tal erschöpft und dem Tode nah zu erreichen. Der Tod Günther Messners war aber nach diesem Drama nicht vom Tisch. Viele Expeditionsteilnehmer nannten Reinhold Messner einen Lügner und behaupteten, er hätte seinen eigenen Bruder für den Gipfel geopfert. Auch der Expeditionsleiter Herrlikhofer und er verwickelten sich nach der Expedition in einige Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverhandlungen. Reinhold Messner bekam einige Anfeindungen für seine Aufarbeitung der Geschehnisse, sein Buch Die rote Rakete wurde zeitweilig verboten und der Film Nanga Parbat wurde für die Darstellung schwer kritisiert. Mit vielen der damaligen Expeditionsteilnehmer hat er bis heute ein gebrochenes Verhältnis, inklusive vieler Journalisten und Funktionäre diverser Vereine, die zu seiner Diskreditierung teilweise auch beigetragen haben. Somit gilt das Leben und vor allem der Tod Günther Messners als einer der umstrittensten in der Geschichte des Bergsteigens. Und bis heute gibt es Fragen, auf die letztlich nur Reinhold Messner die Antwort kennt. Ohne Zweifel war es aber, egal was passierte, ein Ereignis voller Dramatik und unglaublicher Umstände. Günther Messner bleibt aber bis heute einer der erfolgreichsten und begabtesten Bergsteiger seiner Zeit und einer der wenigen, die die nie wiederholte Rupalwand über die Merkel-Rinne durchsteigen konnten. Zweifelsohne wird er also stets vielen Bergsteigern eine lange Zeit im Gedächtnis geblieben sein. Und bis heute ist er das immer noch.